hallo und herzlich willkommen hier zu weiteren frage hier hier mit pv kenne crossing ja also 42 danach schreibt man kann ist ja nicht hier ist fertig und ja mal gucken dünge ist auch voll ja mal schauen wir also dünge mission ist auch fertig und 26 die andere unterwegs ist ja doch unterwegs ich brauche eine weile hinzukommen wenn ich karten und düngen fertig habe dann ist ja also den 26 kümmern dass der traktor nach hause kommt dann haben wir verhänger verdienen für die 38 da geht der endliche ja mengenmäßig viel zu fahren genau daran fahren dann müssten die ball im besucher und produktion bedienen sobald man wegbringen geht auch anhänger sind und dann mal schauen dass ich doch kalt kohlen können spät wird nicht reichen aber ja gut ja egal jo mittwoch halbzeit von der woche arbeitswoche einmal herrlich an die hauzeit da ist na 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 das wird doch nicht gut gehen ne guck mal rein ja nicht so dramatisch aber gut wir ziehen unsere runden ist aber los da kommen dann kalt vielleicht mal aus da ist auch echt nicht viel nur so eine kleine fläche hier der rest war ja mit bäumen gewachsen und dort habe ich ja weggefräst wäre auch eine mühsame arbeit ne das jünger ist voll aber wir wollen mal gucken naja ja lager irgendwie reinbringen wenn man da reinpasst das hier im frühjahr in die düngermission kommen ne zum beispiel äh im herz das ist eigentlich noch eine lohnaufgabe ne ohne arbeit grund ist dienst darum dass große maschinen dann ausgelastet werden und so große maschinen sind ja recht teuer und wenn man nur im jahr wenig nutzt ist das blöd ne so kann man durch das wohnarbeiten prinzip so ein bisschen optimieren ja viel geht nicht auf zehn prozent und dann gucken dass wir die nächsten abfahrer einschränken können dann wäre der auch frei für transportfahrzeuge dann kann man sich ja gleich nähe weil man muss ein bisschen power haben ob lange strecken ist mit 63 km h schon nicht schlecht wenn man das fahren könnte wenn man das überhaupt gehen könnte klar weg auf und so aber hat reicht die 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 deine sie 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 einfach richtig bevor wachstum durchgeht alles andere ist verkraftbar mit jünger kann es auch späteres machen fertig stellen abhängen und dann anhänger noch fix zur kalkproduktion steine entladen und dann mehr ausgerutscht kohlensäure so ist das anhänger mit einigen haben wir letzt mal richtig viel gefahren gehabt also warum hieß es auch im prinzip alles so immer geholt und sich daran heute hatte ich gemerkt mit türen da bist du leise war soll nicht so sein lag auch leichte daran dass wir leise geredet hat das kann auch noch sein theoretisch kann ich versuche hier normal zu reden versuchen das ist mir ganz schön noch voll dann können wir das einstellen für 38 ja wie gesagt hier und hier nicht besser läuft wo es eigentlich noch geht ja 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 Kochen gründlich dass die polizisten umbaut sich immer noch umbauen bei geliehen mal gucken verkauf gemacht also kurse einfahren und so das ist einfach gut ich hätte dafür dass keine aber gucken wer große kriege oder der nächste so denn können wir schon mal einstellen dann kann das 38 ja das typ ungünstig und wie sich hier im wege stehen sie die arbeiten lassen keiner gibt nach das ganze problem dann haben wir den abfahrer der fährt zurück der fährt zurückgepasst die berühmten 10 prozent da wollte ich tauschen da war er mir zu da denke ich wäre es schwach zu reden also wir sind sorgten wir sind kann natürlich auch waren das muss gehen weil ich mir gerade am ohr angeschaltet größenvergleich ist schon gewaltig wenn du vergleich hast das 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 ist guck es ja ist halt so hier steht gut gut aber das tun das das die 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 alle So. Oh, da hat er zu tun. Da hat er zu tun. Volle Kanne. Das macht er mal rein. Boah, das sind Flächen. Da, mach er. Wo geflügt werden sollte, da hat es nicht getan. Na, Anne komm, das ist gut. Da kann man gleich nächsten machen. Den hier mal einstellen. 38 und... Er wird zwar hier einen langen Gebrauchen zum Fahren, aber egal. So. Oh. 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 Dann fährt man gleich da hin. Das ist jetzt Zeit. 47. Dich schicken wir mal jetzt zum Hof. Oh. Vielleicht haben wir noch einen Hänger frei. Mal sehen. Mal gucken. So. So. Können wir da einfach abschließen, die Mission. so. So. Hier war es mal gewesen, ne? 14 Prozent. So. 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 insgesamt. So. 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 Sekunde. ich weiß nicht ob ich noch Anhänger habe, ich glaube schon zwei, na wir haben ja zwei, passt schon so weil hier haben wir einen und da haben wir und hier haben wir können wir nicht anhängen, ne? wir müssen hier einen feinen Traktor nehmen den holen, wenn wir das mit ausklicken, dann könnte man den LKW nehmen und auch noch abfahren lassen, dann musst du zum Segel wegfahren auf den Nord denn das kann ja nur ein Traktor machen, also der LKW hat so ein Ding nicht dran, also man hat so ein Zugmaul endlich haben wir jetzt alles der braucht vielleicht auch in fast drei heftig, heftig ja, das soll schon heute gewesen sein ja, ich würde danken, was ich reingeschaut und bis zum nächsten Mal tschüss D Untertitelung des ZDF, 2020